Pass auf, halt mal kurz das Buch. Kurze Anweisungen. Erstmal, ganz wichtig, es müssen sieben vollständig Runden sein. Wir sind in einer Gruppe, Tower fängt vorm schwarzen Stein an. Das ist hier genau, wo das Gruppe, weil wir machen das heute hier oben, ihr wisst ja aus welchem Grund, ihr könnt das dadurch sehr gut sehen, wo das ist. Das heißt, hier drunter, genau hier ist das schwarze Stein, die sind gerade hier am Bauern. Ihr sagt dann beim ersten Mal, Bismillah, jetzt ganz wichtig, weil die linke Schulter muss die ganze Zeit Richtung Kaaba sein. Deswegen auch wenn man ein Kind trägt, trägt er das Kind so, dass die linke Schulter nach da zeigt. Zum Beispiel auf der Schulter und nicht so hoch. So, dann ist wichtig, nicht, dass man dann so macht, weil dann ist man ein paar Meter gegangen hat, den Oberkörper nach da. Okay? Sondern man macht so, Bismillah, Bismillah, und dreht sich direkt um und geht so, dass die linke Schulter da ist. Das heißt, man bleibt kurz stehen, Bismillah, Bismillah, und dreht sich um und geht. Und in die Richtung. Ja, genau, in die Richtung. Dann müsst ihr euch merken, hier habt ihr diese Zeichen, hier oben, ja? Das ist immer, hier, wo die Fliesen lang gehen, das ist immer Richtung Kaaba. Okay? Weil ihr müsst wissen, weil die gerade gebaut wird, müsst ihr manchmal ein bisschen aufpassen, nicht, dass ihr euch so umdreht oder so umdreht. Ich will auch, liebe Geschwister, nicht, dass einer groß redet. Es ist wichtig, das ist eine wichtige Iberda. Sieben vollständige Runden. Beim ersten Mal machen wir ein bisschen auf den Bauch. Dann geht mal. Jetzt läuft mal. Ihr, die Männer, nehmen sich das Gewand, klappen das hier drüber. Okay? Habe ich euch eben schon gezeigt. Okay? Falls ihr solltet. So, ihr könnt das jetzt schon mal machen. Ja? Genau. So, das wurde gemacht vom Propheten, a.s.w. Das wurde vom Propheten, a.s.w. gemacht, bei der Umrat al-Qadda im sechsten Jahr. Die Mushrikun haben gesagt, die Muslime sind schwach. Dann wollte der denen Power zeigen. Und dann werden die ersten drei Runden, werden die Schritte etwas schnell gemacht. Das ist nicht richtiges Laufen, dass die Schritte lang gemacht werden, sondern dass man, so, wenn jetzt zum Beispiel auch Gedränge ist, wenn jetzt zum Beispiel auch Gedränge hier ist, dann macht man das halt so auf der Stelle. Okay? Drei Runde. Ja? Das ist Sunna. Wenn du es nicht machst, hast du keinen Bock drauf. Beispielsweise. Okay? Für die Frauen nicht. So. Und dann, wichtig. Ich werde euch dann sagen, ungefähr, wann der Rukun Yamanik kommt, da kann man dann, Rabbana atina fidunia hasana wofil achirati hasana pina adaban mal machen. Koran lesen, Dikkan machen, Dua machen. Und dann, wenn ihr wieder hier ankommt. Also Allahu Akbar. Ja? Allahu Akbar. Genau. Ohne Bismillah. Ohne Bismillah. Ja? Nur beim ersten Mal Bismillah. Dann rumgehen. Siebenmal. Okay? Beim siebten Mal. Dieses Allahu Akbar ist für den Anfang der Runde. Beim siebten Mal geht man einfach durch. Okay? Es ist gut, wenn wir etwas zusammenbleiben. Falls ihr verloren geht, treffen wir uns nachher hier. Okay? Auf dem Weg mit Gebet und Gebet oder? Okay. Inshallah. Ja.